Guten Morgen zu ner neuen Folge von TheForest Hallöchen Jetzt erst mal essen und besorgen oder? Ja also ich hab jetzt nen Vogel Bitch Aua Oh ich hab das Ding kaputt, kannst du das mal reparieren? Jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn So genau, also in der letzten Folge waren wir ja in der Höhle Und jetzt haben wir überlegt, wir gehen nochmal rein und gehen mal den anderen Gang entlang Damit wir die Höhle komplett abschließen Blöd gesagt, ich würde jetzt echt mal paar Vögel mitnehmen Also ich hab jetzt einen Vogel dabei Ich glaube ich würde jetzt noch einen mitnehmen Aaaaah Hä? So Sack, also ich hab jetzt drei Vögel dabei Dann würde ich jetzt sagen Hast du auch Vögel? Ich hab ein Vogel, aber ich muss erst mal so essen auch noch Ah so wrong, okay Weil ich hab jetzt drei Vögel Ich hab jetzt so, oh ich hab ganz viele Snacks Wart mal, ich tu die Snacks mal wieder ins Regal bei mir Ich muss noch ein paar Vögelchen jagen gehen Snacks, Snacks, Snacks Ähm Ah, hier sind die Snacks Und die Snacks bringen Ich kann nicht nur so viel, ne? Ne Ich lass mal Ich lass mal zwei Snacks drin Zwei Snacks, drei so kleine Fleischchen Soda Ganz viele Beeren Wasserschlauch Ja Doch Zwei Molotow- Ah Ich glaube ich nehme ein bisschen Alkohol mit Ah gut Genau, ich hab jetzt Da ist ein Hase, oh mein Gott Da ist ein Hase, oh mein Gott Was brauch ich noch Genau, Klebewand Klebewand Boom Gut, jetzt hab ich schon mal zwei Sprengstoffe Ach komm Hau ich es einfach Weg So, das muss jetzt eigentlich S-Boss Ähm Ach genau Band, zack So, ich hab jetzt drei Sprengstoffe Zwei Molotow Richtig Also nur mal so zur Info Äh, das Hallen ist wieder da Das ist Moment Also kurz war es jetzt da Jetzt ist grad wieder weg Das ist nur mal so eine Millisekunde Das ist interessant Weil das hat der Das hat der Skull nur in the forest dieses Hallen Und wir haben jetzt überlegt oder gedacht Dass es äh Ähm Irgendwie an den Ingame Sprach-Chat, Voice-Chat liegt Aber den haben wir jetzt komplett ausgestellt Das, äh, also wirklich das dann null Hm Komisch, komisch, komisch All die Hasen siehst du einfach gar nicht, ne? Na, wie schaut's das aus? Wir sollten jetzt, jetzt Ja, weil ich dran umblödeln Ja, weil ich... Ich jag grad einen Hasen Alter, die sind so, so schlecht Das ist echt hart Ja, ja, das stimmt schon So, ich hab grad wieder ein paar Bären reingehauen Insobeet Vielleicht nochmal probieren Okay, der Hasen ist weg Der ist in dem Wald Ich hab den nicht gesehen Ich hab den immer nur... Ich hab den immer nur gesehen Wenn er weggehoppelt ist Aber wenn er stehengeblieben ist War der unsichtbar Oh, das ist... Oha, das ist ja schon mal ganz kurz Eigentlich haben wir jetzt Dynamit und sowas Eigentlich könnten wir die Dinge mal wegsprengen, oder? Oh, ich hab ein Loch, geil Ah, sehr gut Oder? Eigentlich könnten wir das Zeug ja schon mal anfangen wegzusprengen Für irgendwelche... Ach, du hast das ja schon weggesprengt, oder? Was hab ich weggesprengt? Ich hab gar nichts weggesprengt Sag halt... Kann man das ja... Hä, aber was sollte drin gewesen sein? Ja, ein Waffenteil von der Schrotflinte Ey, ich... Ich hab auch kein Waffenteil von der Schrotflinte Da muss doch was drin liegen Ich hab jetzt... Alte Pistole Teil 4 von 8 Und wo ist das ungefähr? In diesem Loch Das muss doch dir angezeigt werden Uah lol Ist das im Loch, oder was? Nee Ja Hast du das aufgehoben? Ja, du... Du müsstest es doch auch haben Schau mal in dein Inventar Ja, aber wo ist das im Inventar? Meine ich Neben Haarspray Zwischen Medikament, Haarspray Nö Wo ist? Nö Da ist nichts Und wenn du ins Loch gehst, kannst du nichts aufheben, was? E-drücken Nee, da ist nichts Im Loch Vielleicht gibt es das echt nur einmal, sodass es nur einer haben kann Nene, oder? Beim... Durchspielen letztes Mal? Äh, da... Hm Da hatten wir es doch auch beide Also hier hab ich jetzt... Merkwürdig Naja Also, ich habe... 30 Bären dabei Ein... Vogelfleisch Mein Wasserschlauch ist voll Ein rohe Echse hab ich dabei Perfekt... Kommt, das... Hört sich richtig gut an Medizin... Warte, ich hab Medizin... Medizin... Health Mix... Oh, warte... Aloe Vera... Was brauch ich noch? Sonnenhut und Ringelblume Schnellblume Amos, Kupolzen... Sauerstoff... Gut, also ich hab jetzt halt leider keine Aloe Vera Die müsste man wieder finden Aloe... Unbedingt Ich könnte mir ein paar... Rüstungen machen Also normale Rüstungen Und... Oh nein Discord Also Leute, Skuldo ist kurz weg, denk ich Weil... Discord Achja, das ist gut, halt Discord Die Frage ist natürlich, ob man jetzt... Ah, jetzt geht's wieder... Oh, Gott sei Dank Ach, ich wollt grad sagen... Oder? Ja doch, also ich glaub ich normal Dank, ja Oh, ey Blödes Discord, ganz ehrlich Ja, furchtbar Das kackt echt relativ selten, aber wenn's abkackt, dann immer zu unmöglich Ja, in Aufnahmen und sonst irgendwas So Ich bin hier Da hinten laufen sie schon wieder Also gehen wir gleich rein So, wissen wir noch, wie wir gegangen sind Ne, ich hab kein Blastenschimmer Aber wir sind sehr hart Und ich hab kein Timer gesetzt Ja, ich hab... Oh, ich hab jetzt auf die Uhr zu schauen Ich glaube, wir sind ungefähr so... Warte, ich speichern wir gleich mal Oh ja, genau, das ist eine sehr gute Idee Hallo 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 So Gut, da ist ein... Hey, jetzt liegt die Kassette ja wieder da Hey, da ist noch Ja, gut Hab ich's halt nochmal, genau Gut Loll Dann gleich hier runter, oder? Warte kurz Letztes Mal sind wir da runter, gerade schon? Ja, genau Gehen wir da jetzt runter? Obwohl, ist das... Ist das nicht da, wo wir dann wieder hochgekommen sind? Kann jetzt sein, dass das so ein Kreis geht, bisschen hier Ja, aber wir sind ja... Nee Oder? Sind wir denn jetzt mal hoch? Oder? Nee Das sind Knochen, lol Oh, das sind Medikamente Yay, Medikamente Oh, geil Okay, hier waren wir ganz sicher nicht, oder? Loll, ich kann's nicht mehr aufnehmen Man kann nur fünf Medizining nehmen Oh, das ist groß Oh Jawoll Ah, das ist richtig geil, oder? Oh, ganz viele Snacks Wo denn? Da gibt's keine Snacks da Über die Totenschörde Die bringen mir aber nix Ich habe relativ viele Outfits Hey, wo sind bei dir Snacks? Ich habe keine Snacks Koffer waren da welche Nee, da waren wir nur ein Outfit Was, du... Du hast die Kleid an Oder was weiß ich, was ist, ist irgendeinen weißen Mandel Bademandel, oder was ist das? Die schaut aus Komm, bitte wechsel das Sonst kann ich die Im Ernst nehmen Dunkelbraunes Hoodie, dann nehme ich das da Seht besser aus Stimmt, ich habe da auch Bademandel und Badehose Zieh mal an Okay, nicht schlecht Aber ich glaube das ist hier echt nur eine Höhle, ne? Ja, ich glaube das ist echt Also nur so ein kleines Ja, dann war's das eigentlich Gut, so Wow Höhlen-Tour vorbei Ah, warte kurz, hier ist eine halbe, halbe Portion Oh, was? Zum Teufel Ich habe nur geguckt, ob der irgendwas fallen lässt Oh ja, Geld Was? Ehrlich? Wieso lasst das hier alles? Oh, Alter Soll er wieder bloß was zu spielen? Ja, wandern noch irgendwelche Abzweigungen, von denen wir nichts wissen? Nein Aber ich kann die ganze Medizin ja nicht mitnehmen So einen Wunsch, dass man nur fünf Medizindinge mitnehmen kann Ja gut, aber das ist jetzt nicht weit, ne? Also wenn du Glück am Spontor die Medizin Und dann könnten wir jedes Mal Medizin holen Das könnte man natürlich machen, ja Das stimmt Hey, ich krieg dir grad voll den Arsch rein Aha Das machst du öfters Was? Leck mir den Arsch kriechen Kleiner Arsch krieche Ja gut, dann haben wir das eigentlich auch erledigt Was? Ich weiß nicht, ob War da noch irgendwas? Ich Nee, weil letztes Mal sind wir die anderen zwei wegge- Hat sich das einfach erledigt? Ich guck grad noch mal in die Arten Ah! Schlecht im Ausstieg Oh fuck Aber des Todes hat sich ja schon Ja, das haben wir schon alles ab Aber Ich glaub die spawnen nicht mehr die Viecher, kann das sein Das wär schön Weil dann wär das echt mal auch Ja Das ist die Hülle wirklich, ne? Sollen wir noch mal runter gehen Nochmal die Hülle abklappern Kurz mal so Weil ich bin mir nicht sicher Ich glaub da war noch ein Weg Nein Wir haben noch Letzten Folgen Beide Wege gemacht Einmal durch die Wand durch Und einmal der andere da Und da ging es nicht weiter Und da ging es nicht weiter Ja, ich weiß nicht, ob mit dir jetzt als abgeschlossen Weil es geht Man kann ja hier noch tauchen Sollen die jetzt als abgeschlossen sehen? Ach soo Stimmt, man kann ja noch tauchen Wir sind da hinten irgendwo mal rausgekommen Wie da stimmt, ja Na gut, dann lassen wir das mal markiert Und hoffentlich merken wir uns, dass hier noch bloß was zum tauchen ist Ja, jetzt müssten wir mal die Höhle finden Wo es halt das Taucherzeug gibt Sollen wir direkt in eine andere Höhle gehen Weil wir gerade eigentlich ausgerüstet sind? Ja Weil die eine andere Höhle ist ja gleich in der Nähe Dann könnte man das eigentlich machen Ähm I don't see anything Neue Da drüben ist noch Oh, die sind immer noch da Äh, ich will gerade irgendwie nicht rausgehen Die Leute stehen im Kreis Oder? Ne, ich glaub das sah nur so aus So, wo war jetzt die andere Höhle? Hase Was? Nicht bewegen, nicht bewegen Jawoll, aber langsam läuft's Oh, da ist Stoff Ich glaub die beste Stoffquelle sind echt ihre Effigies, ne? Naja Oh ja Ja, oder wir machen die Farbe anders Auf blau Für, äh, Wasser Blau für Tauchen Für Tauchen Für Wasser, ja Wieso nicht? Ja? Aber du müsstest mal die andere, dort wo wir rauskommen eigentlich auch machen Wo ist denn das? Das war da hinten Bei der anderen Seite, glaube ich Oh ne, die haben wir ja weiß gemacht Ach ja, stimmt Oh Aber ich sieht mir jetzt nicht mehr, was du weißt machen Ja, die war Ja, passt ja Wenn's die gleiche Höhle ist, dann ist ja wurscht Ja, wollen wir gleich zu diesen anderen Liedern in Schlagge gehen, ne? Beim See ist der gleiche Höhle Äh, hinter dir Ja, da hat er sich angeschlichen Ja, da hat er sich angeschlichen So, komm, geh mal Richtung Schlagge Blut überströmt, ach fuck Ich muss ins Wasser Das habe ich aber nie, ne? Dieses Blut überströmt Das ist lustig, ja Ich hatte das noch nie in der ersten Staffel nicht Und hier auch nicht Hier wird der Eingang Oh, zweimal schon Wollen wir's hier blau machen oder lassen wir's weiß Hey lol, hier hätten wir sogar noch ins Lager fallen Vorsticht hinter dir Nein, nein, oh, er hat mich erwischt Ach, scheiße Das nervt mich immer, wenn sie mich erwischen Wenn du einmal irgendwie reinhaust Aber die das dann irgendwie nicht anerkennen oder sowas Und dann treffen sie dich Gut aus, ich hab's alles blau gemacht, hast du das? Hä, wo hast du denn? Oder? Oder lassen wir's weiß Hä, wo hast denn du jetzt? Hallo, hier Hä, ich weiß nicht Oder lassen wir's wieder weiß Weil ich glaube, hier ist sogar eine Abkürzung, oder? Wenn wir hier reingehen Bist man schon nur beim Wasser, kann das sein? Ne, dann lass das blau Ja, guck, dann gehen wir zu dem anderen niederlernen Ding da Also ich muss gleich eigentlich fast einen Medic nehmen, weil Oh, hier ist nochmal ein Effigy Nice Alter, Stoff Wir machen hier grad voll die Stoff-Tour Yes Ich hab jetzt schon 16 Stoff, geil Dann rein mit uns, ne? Ja Warte, ich geh nochmal kurz ins Wasser Mach mich sauber Ja Wenn das schon ins See ist Ja, das kannst du machen Yay Ich bin sauber und Oh, da ist irgendwas zum Sammeln Was? Nehm ich mir nen Beutel mit Was ist das? Nein, ich wollte nicht trinken Ich wollte nicht trinken Nein Ich wollte auch nur die Beeren sammeln Aber du hast doch mit den Beeren Du hast doch Wie viele Beerentaschen hast denn du? Eine Wie viele? Aber es gibt ja verschiedene Beeren Hier sind grad die Brombeeren Wir bauen Heidelbeeren an Und Heidelbeeren und Brombeeren können wir ja gut essen Die sind ganz sozial So Ist aber gefährlich hier mit dem Trinken Ich warte Ja, ja Oh, ich sie grad gar nichts Na, ich, 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 ich trau mich nicht Wenn du nicht noch nicht dabei bist So So Ich warte hier am Seil auf die Aber die Brombeeren kann man nicht essen, oder? Doch, 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 doch Warte kurz, da ist ein Hase Hast du? Ich hänge hier die ganze Zeit wie Spider-Man rum Naja Äh Keine Ahnung Der ist wieder in den Busch verschwunden Alter, ich seh die einfach nicht Das ist echt pervers Alter, gehts hier tief runter Ich komme Ah, das ist die Das ist die, das ist die Höhle, wo es extrem weit runter geht Ich komme Das ist die, das ist die Höhle, wo es extrem weit runter geht Wow So, jetzt wird spannend Ich rutsche jetzt mal, wenn du auch da wirst Gut Ah lol So Weiß was unlogisches Dieses Schnellrutschen verbraucht Ausdauer Ja Er muss sich ja irgendwie fest, da festhalten Na gut, aber wenn du normal runter gehst, verbraucht es auch Ausdauer oder so Echt? Oh Ahja, Tatsache Alter Wie schief gehts hier noch? Ne? Ich seh gar nichts, Alter Hier ist wieder Wasser Okay, das ist glaube ich so eine richtige Höhe Lol, hier gehts nochmal runter Alter Aber hier ist Wasser Hier könnte man vielleicht wieder Taucherausrüstung gebrauchen Ah Oh, ich hab so Angst, wenn mal das so lang runter ist Das Ding ist, ich seh grad gar nichts und ich hab grad richtig Angst irgendwo runter zu fallen Oh, da unten ist irgendwas Bist du da? Ne, ich guck grad, ob es hier noch einen anderen Eingang oder Ausgang gibt Ne, hier gehts echt nur noch runter Da unten ist irgendwie Zettelzeug Ich glaub, da hast du wieder Hinweise oder sonst Ich bin ganz beruhigt, dass hier Oh, oh, Medizin Oh, ganz viel Medizin, Alkohol Snacks Ey, hast du die Zettelzeugs aufheben können? Ne Aber hier ist Medizin und so Oh, ich hab irgendwas aufgenommen Irgendwas hab ich da aufgenommen Ah ja, da Irgend'n Foto Ne, doch nicht Your lucky numbers Oh, vielleicht kann man mit dem Lotto gewinnen Alter, so viel Medizin, Alter Der kann nix mit, ne Boah, ist das nerfig jetzt Ich hab ein bisschen Leben verloren, nehme ich Milzin zu essen Ah Ah fuck, Alter Uns geht richtig viel Medizin durch die Loppengrat Hätten wir vielleicht nochmal schnell alles ausleeren sollen, wie Vollidioten Ah fuck Was ist das denn da so? Ich hab 15 Snacks Na, ist hier mal ein Snacky Zwei Snacks und nehmen den noch mit Na gut, dann gehen wir hier mal weiter Da liegt ne Hand Ja Gleich Äh, kannst du bitte wieder rüchter machen? Ich seh hier Oh nein Hör ich schon wieder für mich ja Alkohol Alkohol Hier ist nix Kopfloser Passagier Boah, Alter, es ist grad sehr dunkel hier Muss man... Oh, hier Kassette Warte, ich schau dir die Kassette kurz an Mit Meghans Ankunft Mittagessen mit Megan Kombinieren Angucken Was hast du, was hast du aufgehoben? Ne Kassette oder was? Ja Ich schau das Mikro an So, war das grad Chimmy Chimmy Nein Sie haben Chimmy Oder irgendjemand Ich hab' keine Ahnung Oh, mein... Meine... Äh... Vogelfleischstückchen, die werden schon langsam grau Aber ich bin eigentlich voll, weil ich ganz seit Sex gegessen hab jetzt Aber dann... Achso, ich hab' aber Hunger, das passt grad eben Perfekt Aber mach' mal ein bisschen... Rüchtchen Wie viel brauchst du, du? Ziemlich viel, aber ich hätte'n Echse dabei, die würde ich eher verwenden zuerst Gut, also ich hau... Ich hab' dir mal eine Vogel draufgehauen jetzt Wär' schade Wär' schade Baby Ne, ich glaub' sie sind hier hinter dieser Mauer, oder? Achso Ist noch sicher hat mich jetzt gerissen dass die dadurch kommen wie viel zeit haben wir noch oder zeit stimmt zeit ja von der zeit her könnte man sagen zum abschluss aber es hat noch ein baby machen wir hier dann mal stopp und gehen dann in der nächsten folge weiter die sind schon da wir müssen läuft ja kurz bisschen kämpfen eventuell wohl der packt rum wenn ich mit dem headshot raus ja ja da muss ich halt hier noch mal bis jetzt jetzt könnte man den können wir noch freien werfen du hast auch noch eine leiche es ist wieder nur eine ok so eine gute ab jetzt könnte man glaube ich dann ist dann vielen nächsten folge bis zur nächsten folge